Es ist mal wieder Zeit für den MZ, yay, ok, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und ich hoffe, dass ihr das bereits wisst und wenn nicht, dann drückt mal auf Abonnieren, ok, jetzt aber wirklich Spaß beiseite, doppelt Spaß beiseite, ist doppelt so gut. Neue MZ News, Preview No. 3, diesmal Charaktereditor und Plugins, für alle, die das nicht interessiert, können jetzt das Video quasi ausmachen, mehr oder weniger, aber bevor ich anfange, möchte ich noch was sagen, der Steam Sale läuft immer noch und der RPG Maker MV beispielsweise ist für gerade mal 14,79 Euro erhältlich und normalerweise kostet er 74 Euro, also wir haben 80% Preisreduktion, sicherlich wird er am Ende des Jahres, wenn dann Winter Sales, Herbst Sales etc. sind, wird er dann nochmal billiger sein, weil dann der MZ draußen ist, da wird man ihn wahrscheinlich hinterhergeschmissen bekommen, den MV, aber falls ihr den MV jetzt haben wollt, dann habt ihr jetzt noch um die 6 Stunden Zeit, wenn ich das Video hochgeladen habe ungefähr und dann könnt ihr den heute noch ein bisschen billiger erwerben, ansonsten wäre der ab morgen halt wieder 74 Euro, was natürlich sehr nachteilhaft ist. Dasselbe gilt natürlich dann auch für alle anderen RPG Maker, RPG Maker, einfach mal in die Suche eingeben und dann haben wir ja auch den Ace hier beispielsweise für 12,99 Euro oder vor allem den geilen, wunderbaren XP, den wir alle lieben für gerade mal 3,44 Euro, alter Schwede. Ich verdiene kein Geld, das ist keine Werbung und so weiter und so fort, ich sage das nur rein informell. Ihr könnt auch den VN Maker, den Visual Novel Maker für 21,99 Euro oder mit Live2D Plugin, Add-on, Entschuldigung, dann für 26 Euro. Der ist auf jeden Fall ziemlich cool, der Visual Novel Maker, falls ihr Visual Novels machen wollt. Oder dann gibt es noch den Pixel Game Maker, wie, ich hoffe, ich schreibe das richtig, ja, das sieht gut aus, den hier. Und ebenso in 6 Stunden läuft das dann ab, 50% Preisreduktion und dann bekommt ihr noch, sie sparen zusätzlich 5 Euro für den Einkauf von mindestens 30, wären das dann nur 31 Euro, so viel habe ich bezahlt für den, den habe ich nämlich letztens gekauft, in diesem Sale und ist eigentlich ganz cool. Ich habe ihn noch nicht groß ausprobiert, nur einen Tag mal kurz ein bisschen dran rumgespielt, aber war ganz lustig, auf jeden Fall könnt ihr euch mal angucken. Es gibt auch noch eine Demo-Version, Demo, hier unten, könnt ihr kostenlos runterladen, ja, Demo, kostenlos runterladen. Dann habt ihr noch mal um die 6 Stunden Zeit, das mal auszuprobieren, ob es sich lohnt für euch und, naja, wenn nicht, der nächste Sale ist dann der Herbst Sale. Also, so lange müsst ihr dann auch nicht warten, wenn nicht, holt ihr euch jetzt die Demo und kauft dann im Herbst Sale, falls es euch gefällt. Ich weiß nicht, wie lange die Demo jetzt gilt, ich habe keinen Schimmer, vielleicht ein paar Tage oder so, ist auch egal. So, aber zurück zum MZ. Lange Rede, kurzer Sinn, ich wollte euch nur noch mal auf den Sale aufmerksam machen, damit ihr den nicht vergesst. So, kommen wir zum Charakter-Editor. Wir haben jetzt neu, das ist im MW nicht, hier gibt es das einfach nicht. Neu sind hier diese Offset-Pfeile. Damit kann man, wie hier zu sehen, die bestimmten einzelnen Komponenten verschieben, beispielsweise halt hier die Ohren, die Augen, die Nase kann man halt platzieren, wie man möchte, wenn man die Nase jetzt ein bisschen weiter oben haben möchte oder weiter unten, kann man das halt dann über die Pfeile positionieren. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr praktisch und ziemlich cool, auf jeden Fall von der Idee her. So, haben wir das auch erklärt. Ist auf jeden Fall ziemlich cool, aber braucht man nicht lange drüber reden. Außerdem wussten wir das bereits. Dann Add More Gradients, also mehr Verläufe. Und das ist wirklich ziemlich cool, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie das beim MW war, aber hier kann man einfach, hier ist die Original-Datei quasi, und hier ist dann ein Verlauf hinzugefügt in die PNG-Datei, denke ich mal. PNG, steht das hier irgendwo? Ja, PNG, alles klar. In die PNG-Datei einfach hier unten eine neue Zeile eingefügt mit einem neuen Verlauf und dann ist der dann auch hier zu sehen. Das geht hier im MW, glaube ich, so einfach noch nicht. Das geht sicherlich irgendwie vielleicht. Aber dann kann man halt neue Augenfarben hinzufügen, die man halt gerne möchte. Und hier so einen Verlauf in so eine PNG reinzumachen, so einen neuen. Das ist drei Klicks in Photoshop. Das ist richtig easy. Also, das ist wirklich ziemlich cool und schnell gemacht. Finde ich, ist eine top Sache. Gefällt mir. Kann man machen. Ist natürlich alles nur nice to have. Auch, dass sie mit den Augen verschieben, ist eigentlich vom Prinzip her nur nice to have. Aber lieber haben, als nicht haben. So einfach ist das halt. So, kommen wir zu den Plugins. Da hat sich schon ein bisschen mehr getan, tatsächlich. Aber auch alles nur nice to have. Sagen wir es mal so, wie es ist. Es gibt jetzt hier einen neuen Plugin-Manager. Wenn ich den öffne. Zack, zack, zack. Da ist er. Unser Plugin-Manager. Dann gibt es hier unten noch eine neue Zeile. Das ist diese hier. Und dort steht dann quasi, wenn ich ein Plugin markiert habe, dann steht dort quasi die Reihenfolge, wie ich das Ganze einzufügen habe. Und das ist nämlich oft sehr wichtig, weil wir bestimmte Plugins, früher hieß es Skripts, ich wollte gerade fast Skripts sagen, Plugins, meine ich natürlich auf jeden Fall, in welcher Reihenfolge man die nämlich ins Spiel lädt. Das ist nämlich sehr entscheidend. Und wenn man das in der falschen Reihenfolge lädt, kann es im schlimmsten Fall zu Abstürzen führen. Und in weniger schlimmen Fällen funktioniert einfach das Plugin einfach nicht. Und das gewünschte Ergebnis wird nicht erzielt. Und dadurch hat man jetzt eine neue Zeile. Und da steht dann drin, in welcher Reihenfolge man die dann einfügen muss. Das kann dann der Plugin-Coder, wenn ich das richtig verstanden habe, einfach in sein Plugin mit hinein coden, diese Zeile, was dort dann steht. Und das ist ziemlich praktisch. Normalerweise steht das dann hier in dieser Hilfe mit drin. Und dann müsste man halt jedes Mal hier so diese Hilfe lesen. Und da würde das dann wahrscheinlich mit drin stehen, in welcher Reihenfolge das dann entscheidend wäre. So, dann neu hinzugekommen ist die URL-Zeile. Statt hier die Autoren-Zeile ist jetzt eine URL-Zeile. Und die Autoren-Zeile hat sich hier nach rechts verschoben, neben den Status ein. Dafür ist das Namenfeld ein bisschen kürzer geworden. Aber seien wir mal ganz ehrlich, guckt euch das an, wie lang das Namensfeld ist. Also wenn ein Plugin, wenn ein Plugin so einen langen Namen hat, dann stimmt da definitiv irgendwie was nicht. Also das ist halt wirklich dann, also das kann man ruhig halbieren. Sollte eigentlich kein Problem sein. Und dann den Autoren hier rechts daneben. Wunderbar. Funktioniert alles. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Gut. Ja, und halt die URL-Zeile. Finde ich, ist wirklich praktisch. Dann kann man halt auf die Seite des, also auf die Webseite des Plugin-Erstellers direkt drauf gehen. Wenn man das Plugin irgendwo von einem Kumpel bekommen hat oder so. Man weiß gar nicht, wie finde ich denn jetzt am besten, den Plugin-Ersteller oder so. Klickt hier drauf. Zack, ist man auf der Seite. Auf der offiziellen. Und vielleicht kann man sich dann gleich noch ein paar andere Plugins dort herunterladen. Und für die Autoren ist es halt auch praktisch, ist es halt gleichzeitig Werbung für die eigene Internetseite. Also finde ich, ist eine gute Sache. Normalerweise hätte man es dann vielleicht in die Hilfe reingeschrieben. Und dann hier einfach hier per Copy und Paste in den Browser kopiert. Und wäre auch eine Option. Aber so finde ich es eigentlich, es ist top gelöst. Ist nice to have. Braucht man nicht unbedingt. Aber ist eine coole Sache. So, Plugin-Command. Habe ich schon mal drüber geredet in einem Leak-Video. Da wurde das eigentlich so ziemlich genau das gleiche Bild gezeigt. Ja, muss ich auch nichts wirklich mehr dazu sagen. Habe ich eigentlich schon gemacht. Dann springen wir eigentlich gleich zum nächsten, würde ich sagen. Hat sich auf jeden Fall stark geändert. Ich zeige dir nochmal das Originale vom MV. Also das hat sich wirklich extrem geändert. Also das ist ein völlig anderes hier Plugin-Befehl. Das ist einfach nur, tatsächlich nur eine Zeile, wo man nur die Plugin-Befehle eingibt. Und hier ist das Ganze beim MZ halt tatsächlich ein richtiges Menü mit Command-Name. Sucht man hier aus. Hat hier eine Beschreibung. Und dann hier die Argumente, also die Werte. Und das ist eigentlich ziemlich praktisch. Das Ganze. Also das ist wirklich ziemlich nutzerfreundlich. Und gerade für Leute, die jetzt vielleicht nicht so wirklich eine Ahnung haben, wie das Ganze so richtig funktioniert. Also auf gut Deutsch Anfänger. Oder Leute, die sich wirklich mit Programmieren etc. nicht so auskennen. Ist das wirklich sehr gut. Also es gefällt mir wirklich. Ist anfängerfreundlicher. Sagen wir es mal so. Und halt auch einfach sinnvoller. Gut. Dann, ja, war es das eigentlich schon fast. Sie schreiben halt noch, dass sie den ganzen Game-Engine-Code mit dem neuesten JavaScript-Standard geschrieben haben. Pixie geupdatet haben. Gameplayer-Framework. Chromium. Node.js etc. Alles geupdatet haben. Und das Ganze sorgt dann halt dafür, dass es flüssiger läuft. Oder halt keine, nicht zu Schluck aufkommt. Also keine kleinen Ruckler drin sind, die ab und zu mal vorkommen könnten. Also bei mir war das noch nie der Fall beim MV-Spiel, dass es zu kleinen Schluck aufgekommen ist. Tatsächlich noch nie. Und es lief eigentlich immer flüssig. Aber ich bin da auch nicht die Referenz mit meinem PC. Sagen wir es mal so. So. No more confusing paste process. Ja. Nichts weiter interessantes, denke ich mal, für euch. Es ist halt alles ein bisschen besser gelöst. Hier kann man jetzt halt einfach alles per, quasi per, wo steht es hier? Hier, Game, Update, Core-Script, dann updaten, den ganzen Core-Script. Oh, ich muss nicht mehr neue reinkopien. Und pasten ist, ja, nichts Besonderes. Also ich, es ist alles nice to have. Da muss ich wirklich sagen, es ist, ich denke mal, das alles hier ist halt eher für die Plug-in-Schreiber interessant. Und nicht so wirklich für euch. Das eigentliche, was für euch wirklich interessant ist, dürfte dieses Fenster sein. Weil das ist wirklich deutlich besser, wesentlich intuitiver, als einfach nur hier wirklich diese olle Textzeile. Das ist absolut unintuitiv. Man kann zwar mit F1 hier die Plug-ins öffnen und kann damit dann hier die Plug-in-Commands hier raussuchen, dann in der Hilfe. Aber hier steht ja Plug-in-Commands und dann hat man hier die Plug-ins-Commands. Und zum Beispiel hier, ähm, ah hier, Event-Timer-Pause. So, Copy, da muss ich sogar erst schließen. Und dann kann ich das hier einfach reinkopieren. Aber es ist alles viel aufwendiger. Ihr seht, das ist über das neue Menü im MZ halt wirklich wesentlich angenehmer. Dann wählt man hier einfach bei Command-Name einfach den richtigen Aus und Bäm, fertig, aus, hat sich die Sache. Also, muss man hier nirgends was rauskopien, rauspasten, nicht in der Hilfe extra die Commands raussuchen, funktioniert sehr gut. Gefällt mir das neue Fenster, ähm, weil es tatsächlich immer ein richtiges Menü ist und nicht einfach nur eine Codezeile. Ähm, das ist eigentlich für euch, denke ich mal, was Plug-ins angeht, die beste Erweiterung. Der Rest ist halt eher so absolut nice to have. Und, ja, das war's dann soweit. Ich denke mal, wir haben eigentlich beim MZ jetzt soweit alles fertig. Ähm, eine Sache fehlt eigentlich nur noch. Ich muss mal kurz gucken, ähm, Steam, nicht start next. Steam, bitte. Willkommen bei Steam. Äh, 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 RPG, ups, nein, nicht APH, sondern RPG Maker MZ. Ähm, eine Sache fehlt noch und das wäre, ditt, 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 hier, Spielerlebnis. Ansonsten ist hier immer alles bei Plug-ins, bei Animation, bei Ereignisse, bei Datenbank, hierbei, äh, enthält Fülle von Elementen, ähm, Charaktererstellung, Karteneditor und das war's dann. Ähm, steht überall jetzt was drin, nur bei Spielerlebnis steht noch nichts drin. Ich weiß nicht, ob sie da nochmal irgendwie eine kleine Ankündigung machen oder so. Scheinbar macht es für Gamer viel einfacher, deine Spiele zu spielen. Hm, ja, keine Ahnung. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, mit dieser Information. Hm, bin ich jetzt ganz ehrlich, ähm, etwas überfragt, wie sie das jetzt genau meinen, wie das einfacher werden soll. Ähm, ja, werden sie sicherlich dann erklären, vielleicht nächste Woche Donnerstag. Und dann wären wir komplett durch mit dem, mit dem MZ. Ähm, ja, also, viele Sachen sind einfach nur nice to have, aber ich sag's mal so, lieber haben als nicht haben. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, es ist halt immer schon eine schöne Sache, ähm, einfach mal eine neue Funktion zu haben, die auch teilweise sinnvoll ist, wie halt einfach mal hier die Augen platzieren zu können. Das ist einfach mal wirklich verdammt nochmal sinnvoll. Das hätte schon immer im Wie drin sein können, war aber nicht. Ähm, ob ein solcher Updates hier, ähm, natürlich dann am Ende dieser extreme Preis wert sind, ähm, die der MZ halt einfach mal kosten wird, ist die nächste Geschichte. Aber, ihr bekommt ja noch die ganzen, ja, Ressourcen. Alleine 48 Background-Music-Files. Alleine 48 Background-Music-Files lohnt sich ja schon volle Kanne, äh, volle Kanne, wollte ich sagen, ähm, vollkommen. Ähm, ähm, oder 345 Sound-Effects ist wirklich, das ist eine Hausnummer. Und, ähm, klar, es gibt auch Gratis-Seiten im Internet für Sound-Effects, aber die sind teilweise sehr schlechte Qualität und vielleicht auch nicht ganz passend. Und, da finde ich, muss ich ehrlich sagen, finde ich das Original-Zeug vom APG-Maker wirklich qualitativ sehr hochwertig und konnte mich dann tatsächlich noch nie beschweren. Also, dann muss ich wirklich sagen, Hut ab und wenn da 345 Sound-Effects kommen, wunderbar, muss man nichts selbst aufnehmen oder muss nicht irgendwie irgendwas aus dem Internet raussuchen, was dann natürlich dann auch lizenzfrei nutzbar ist. Das ist die nächste Geschichte. Aber, wie gesagt, da gibt es auch Internet-Seiten für Sound-Effects. So ist es jetzt auch nicht, für Musik genauso. Ähm, aber es ist immer gut, mehr zu haben. Wie gesagt, ob es dann der Preis wert ist, weil das Ding wird bestimmt, denke ich mal, bestimmt 75 Euro oder vielleicht noch mehr, 80, 90 Euro. Boah, ich weiß keine Ahnung, was das kosten wird, der MZ und ob einem das dann wert ist, ist die nächste Geschichte. Ja, wie gesagt, das war es dann soweit, denke ich mal, an News. Viel mehr wird da gar nicht kommen beim MZ. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so vorm MZ haltet. Wie gesagt, mehr wird da, denke ich mal, nicht kommen. Das war es wirklich jetzt, endgültig, denke ich. Und ihr könnt ja nochmal alle Videos durchgucken, ihr findet die auf meinem Kanal. Und das war es dann. Tschüssi, bis nächste Woche Donnerstag, falls dann endlich mal vielleicht das Release-Datum des RPG Maker MZ kommt und der Preis, dann werden wir darüber mal ein bisschen reden. Ich werde auf jeden Fall den MZ Day One kaufen, egal was er kostet. Sondern die wollen da 1.000 Euro haben, aber selbst dann würde ich sie hinlegen, die 1.000 Euro. Also, ich werde den Day One kaufen, definitiv. Und dann Day One damit anfangen, Videos zu machen für euch. Damit ihr einen richtig perfekten Eindruck von dem Ding habt, bis ihr dann selbst entscheidet, ob ihr das kauft oder nicht. Könnt ihr dann einfach ein bisschen in meine Videos reingucken. Und ich denke mal, das ist die optimalste Lösung für euch. Dann gucken wir uns das einfach mal gemeinsam an, indem ich einfach mal ein paar Videos mache. Ein paar Hands-On-Videos. Also einfach mal ein bisschen was rumprobieren, austesten. Und dann einfach noch mal ein paar Tutorials etc. Ich denke mal, da werdet ihr dann sehen, ob es für euch lohnt oder nicht. Dann werde ich noch auf jeden Fall versuchen, MV-Projekte in MZ-Projekte umzuwandeln. Dann muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. So weit wie es geht, versuche ich es für euch, dass ihr eure MV-Projekte vielleicht in den MZ mit übertragen könnt. Und ich gebe mein Bestes, dass ich es hinbekomme, so viel wie möglich rüberzuholen. Also Maps und Events etc. Plugins wird ja nicht gehen, aber das würde ich dann auch nochmal probieren. Aber ich kann nichts versprechen und das mache ich an der Stelle auch nicht. Ich gebe mein Bestes, aber wenn es einfach zu kompliziert wird und sich der Aufwand nicht lohnt, dann lassen wir es einfach, denke ich mal, lieber. Gut, das war es aber jetzt wirklich von mir. Sorry, dass ich so lange geredet habe. Das war es wirklich jetzt. Und denkt an den Sale nochmal, an den Steam Sale. Der ist wirklich nur noch heute gültig. Die nächsten sechs Stunden oder so waren das. RPG Maker. Ja, sechs Stunden waren das, glaube ich. Ja, sechs Stunden circa. Bei euch sind es dann, keine Ahnung, fünfeinhalb Stunden. Dann, wenn ihr das Video sofort guckt. Oder halt vielleicht nur noch drei Stunden oder zwei Stunden. Aber es ist ja noch genug Zeit zum Überlegen, ob ihr es braucht. Und der Herbst Sale ist ja dann auch nicht mehr so lange. Der dürfte dann im Oktober sein. Ist ja dann auch nicht mehr so lange. Gut, tschüssliiii. Tschüssliiii.